Krankenhäuser sind Orte der Fürsorge und Heilung. Es sollte um die Menschen und ihre Gesundheit gehen, doch allzu oft geht es um Geld und Profit. Fallkostenpauschalen sorgen dafür, dass alles standardisiert und vermeintlich optimiert wird. Behandlungen sollen nicht nur gesund, sondern vor allem Profit machen. Was die kranken Menschen wirklich brauchen, um gesund zu werden, kommt dabei oft zu kurz. Zuwendung, Trost und menschliche Ansprache kommen in den Fallkostenpauschalen nicht vor. Sie sind betriebswirtschaftliche Zeitverschwendung. In Zeit haben Pflegekräfte viel zu wenig, denn Krankenhäuser sparen oft am Pflegepersonal mit dramatischen Folgen für Patienten und Personal. Das macht die fertig, die da sind, um zu helfen. Die Heldinnen und Helden der Corona-Krise haben mehr verdient als nur Applaus. Wir fordern 500 Euro mehr Gehalt in der Pflege, auch nach Corona. Und 100.000 Pflegekräfte mehr in den Krankenhäusern statt Profite mit der Pflege.